Bianca Heinecke ist zurück im Rampenlicht. Nach 20 Monaten Pause meldet sich die YouTuberin Anfang des Jahres zurück. In der Sendung Neo Ragazzi auf ZDF Neo spricht sie offen wie nie. Gemeinsam mit Stars wie Bushido, DJ Ötzi und Lucy Diakowska tritt sie auf. Mit den Moderatoren Sophie Passmann und Tommy Schmidt spricht sie über ihren Rückzug. Sie gesteht, Ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich hasse Menschen. Bibi erklärt, dass das ständige Erkanntwerden sie belastet hat. Ich konnte nirgends mehr hingehen, erzählt sie. Sie fühlte sich angegriffen und verlor sich selbst. Viele glauben, mich zu kennen, nur weil sie meine Videos sehen, betont sie. Ihr Leben drehte sich nur noch um soziale Medien. Ich habe gelebt für Social Media, gibt sie zu. Heute würde sie vieles anders machen. Jetzt will sie ihre Reichweite positiv nutzen. Acht Millionen Follower sind nicht nur eine Zahl, das sind einzelne Menschen, sagt sie. Sie möchte viele Menschen mit tollen Themen erreichen. Auch privat hat sich vieles verändert. Im Sommer 2022 trennten sich Bibi und Julian Klaassen nach 13 Jahren Beziehung. Jetzt ist sie mit Timothy Hill glücklich. Trotz der Trennung bleibt das Verhältnis zu Julian gut. Bald sind Bibi und Timothy im Podcast Die Pätze und der Besserwisser zu Gast. Diesen Podcast moderiert Julian mit seiner Schwester Bianca Schmidt. Bibi zeigt sich offen und bereit für Neues. Wir dürfen gespannt sein, was sie künftig mit uns teilt.